alfan hier ich begrüße euch heute machen wir mal ein wenig ein anderes video ganz kurzes ist ein kleiner kauftipp bei booster wir sehen hier gerade vor uns eine anzeige wo jemand aus dem allerersten display von digimon release special version 1.0 einzelne booster packs verkauft ich habe in meinem video ja bewiesen ja dass man diese booster packs ab wiegen kann jetzt müssen wir einmal kurz schauen ja er hat schon 12 verkauft dass das können wir hier erkennen und dann gucken wir einmal geben wir mal ein 19 nein er hat genau noch 18 verfügbar 18 plus 12 sind gleich 30 also hat er insgesamt 30 booster packs sozusagen zum verkauf angeboten wir wissen aus dem ersten booster aus dem ersten display dass man immer genau 9 hits hat die man abwiegen kann man muss jetzt nicht sonderlich großartig gut im rechnen sein angenommen ich kaufe jetzt zwei von diesem display dem 1,0 dann habe ich insgesamt 48 booster packs wenn ich jetzt zwei mal diese neuen sicheren hits die ich abwiegen kann abziehe bleiben mir wie viel übrig exakt 30 booster packs also tote booster packs wo ja keine superwars oder keine secretwars ziehen könnt ja ich habe hier auch alles geschwärzt dass es keine anschuldigung das ist nur eine möglichkeit und ihr müsst dieses beispiel eher als ein tipp verstehen ja ich sage jetzt nicht dass dieser verkäufer sozusagen das abgewogen hat aber die möglichkeit ist es wirkt schon sehr wahrscheinlich so so kann man das finde ich entstehen lassen ein weiterer tipp ist außerdem ja wenn ihr bei bei ebay bei digimon booster packs euch anschaut und das sind vielleicht kleinere händler und die bieten so eine komische anzahl von booster packs an ja zum beispiel nicht 24 oder nicht 48 so wie immer ein display drin hat und bieten denn gleichzeitig genau die karten die seltenen superwars oder secretwars noch in anderen angeboten an die man normalerweise daraus zieht ja das sind so kleine kauftipps wenn ihr booster packs kaufen wollt kauft er bei bei größeren anbietern ja und und da ich ja nun bei 1,0 genau bestätigt habe dass man die sehr einfach abwiegen kann ja die die umsetzung von dem video war so lala ging durch ja und das eine was denn doch ein hit hat er keinen hit hatte war ja auch trotzdem leichter als die anderen wenn das wir heute gesehen haben wenn sie darauf geachtet haben ja und das wollte ich euch jetzt nur einmal mit geben und denn wo wir gerade dabei sind dieses display hier wenn ihr investieren wollt bei digimon tcg das 1,0 display ja gezielt selbstverständlich wir können jetzt beobachten am markt dass der preis immer weiter steigt die verfügbarkeit wird immer geringer wenn bandai jetzt nicht auf einmal sagt wir hauen jetzt einfach wieder massen reprints raus dann wird der preis von diesem display immer weiter steigen ja oder bandai sagt auf einmal nehmen wir beenden das digimon trading card game was ich jetzt auch nicht glaube es läuft ja ziemlich gut von den verkaufszahlen so wie ich das mitbekommen habe ja und das ist dann nur so für euch wenn ihr einkauft speziell jetzt hier auch bei ebay passt auf solche sachen auf ihr seht bei mir hier oben in der liste car trader und card market ja ich werde jetzt glaube ich zum freitag werde ich einen generellen kauf guide machen dort werde ich die preise auch vergleichen zwischen den beiden für leute die car trader nicht kennen das ist sozusagen der wurde initiiert car trader diese oder oder dieses portal weil card market lange die digimon karten nicht reingenommen hat ja die standen dort einfach nicht zur verfügung und darum hat der europäische markt mehr oder weniger danach verlangt und immer nur nach ebay oder ebay klein anzeigen oder durch foren bei facebook sich dort eben auf die suche zu begeben ist vielleicht nicht immer das tollste ja und das soll es auch erst mal gewesen sein es kommt bald mehr im bezug zu kauftipps oder kauf vergleichen kaufmöglichkeiten zu digimon karten macht's gut euer alpha